Ich versuche hier gerade mal... ... das mach so... ... und dann... ... so... Hallo, Insight-Kind! Hallo! Ich kann nicht! Ich brauche... Ich muss mich mit... ... Sachen beschäftigen! Mit Sachen, ja genau! Ähm... Na gut! Aua! Was? Warte, ich gucke gleich! Ich bin schon nicht mit einem tollen Sack, ... wenn du einfach fertig bist! Ach, bist du fertig? Ja! Da war ich gerade... ... hier oben drin! Ach so! Und hab dich angeschaut! Du möchtest doch sicher ein Schwert haben, oder? Ich hab nämlich zwei hier! Ja! Gib mir das Werkzeug des Tormons! Ich werde sie alle vernichten! Oh, ich hab Lava aufgeschlagen! Hilfe! Fließt aber nur gerade drunter! Gut! Dann können wir ja die Leitern hochgehen! Kann ich mal aufhören zu brennen? Leitern, Leitern, Leitern! Ich werfe dir eine Flasche auf den Kopf! Scheiß Alkoholiker! Ich hab' ich mal einen Schluck drinnen gelassen! Okay! Dafür hau' ich mir eine Flasche rein, während ich nach oben gehe! Ganz seitdem, ich hab' Angst, den Knopf hier zu drücken! Warum... ... kann ich das verstehen? Also... Oh, okay! Ich bin noch durchgekommen! Lebend! Haben wir schon gewonnen! Ich glaube schon! Wollen wir uns den Rest der Map angucken und irgendwas in die Luft jagen? Ich hab' keine Ahnung mehr, wo der Rest der Map ist! Äh... Fliegen! Ui! Da ist es! Okay, ich bin beim Rest der Map! Dann teleportiere ich mich einfach wie ein Dover wieder! Ich verliere dich immer sofort! Ja, weil ich Fluggeschwindigkeit 10 hab! Stimmt, die hab' ich noch nie eingestellt! Die hab' ich noch auf 1! Äh... Hallo Welt! Spawner vor mir! Mr. Kürbiskopf! Hallo! So, das ist seine Welt! Hat er scheinbar viel Zeit! Da ist ein Z! Da ist ein Z! Das ist meine Festung! Von der du noch nichts weißt! Ja! Aber sie gehört mir! Schau dir doch meine Kürbisarmee an! Ich bin der Kürbisherrscher! Ha! Hast du meine Di... Ah! Ah! Er gibt nicht auf! Du hast meine Kürbis angegriffen! Der Untote ist in Rage! Ich mach' sein Blumenbeet kaputt! Nein! Ein schönes Blumenbeet! Meine Blümchen! Ja! Cobblestone, ne? Was haben wir denn hier noch? Man muss sagen, sieht ja teilweise ganz nett aus, ne? Hallo! Kackst du mir gerade auf den Thron? Wenn ich sitze! Das kann man nicht so ganz unterscheiden! In Minecraft kann man kein Kacki machen! Es gibt schon Mods damit! Tiere kacken und damit kann man die Äcker bedüngen! Ich stell mir das gerade vor, wie du so auf dem Feld gehst und ein bisschen Wolle sammelst und ein bisschen Kacke, die du dann eine Stunde lang in deinem Inventar rumträgst! Herrlich! Ja, wundervoll! Und dann hier noch! Aua! Oh, das ist doch ein sehr interessanter Ach! Hier ist wieder eine streckende Mine! Ich seh nichts wegen dem Kürbis-Helm! Ach! Wo bist du denn schon wieder hingelaufen? Ich hab keine Ahnung! Ich bin hier unten irgendwo! Warte, ich komm mal hoch! Äh! Da sind wieder nur Schien! Ich will Sachen in die Luft sprengen! Okay, gib mir mal TNT! Ich kenn die ganzen Befehle nicht! Ich muss die erstmal wiederfinden! Ich hab too many Items installiert, aber ich find's nicht... Oh, da, da! Und Disconnect by Server! Disconnect Spam! Oh! Oh Mist! Yay! Wo bist du? Ich hab keine Ahnung, ich teleportier mich nicht mehr zu dir! Folge einfach den Explosionen! Warum hab ich das Gefühl, die erste Explosion wird in meinem Gesicht stattfinden? Die erste Explosion hat bereits schon stattgefunden! Ah, ich seh! Gib mir auch was! Gib mir auch was! Ich werd übrigens wegfliegen! Okay, ähm, ich hab da und hier und dort und hallo und auf Wiedersehen! Äh, ich brauch noch Redstone-Fackeln oder Feuer oder irgendwas! Das kannst du nicht... Hab ich selber nicht! Hast du einfach jetzt mal neben die Zündquelle gesetzt? Ja! Ach, kaum TNT, das ist ja... Damit komm ich doch nie aus! Ich brauch mehr! Warte mal, was hab ich denn... Nee, Eisen hab ich nicht zufällig auch... Ich umwickel einfach die Burg einmal mit TNT! Das ist meine... Das ist meine Note für die Map übrigens! Ihr wolltet doch immer wieder eure TNT-Noten! Genau! Das darf der Zombie jetzt nur noch auf fremden Maps! Ja! Aber ich bin gefallen! Ja, ich kann mit dem Flugmod noch nicht umgehen! Ich hab den mir noch nicht richtig gelegt! So! Dann schauen wir doch mal! Ja, hab ich nicht! Was mein Redstone-Fackelchen ausmachen kann! Äh, ich fliege mal ein wenig davon! Let's look at the Burg! Ja, es geht ein wenig voran! Aber noch... Das muss weg! So! Und hier und da 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 und da... So jetzt! So? Möcht ihr nicht? Äh, der ist gerade runtergefallen deswegen! Achso! So jetzt müsste es ein schräger Schnitt sein durch die Burg! Richtig! Sehr schön! So muss das, so muss das. Wieso zerstöre ich meine eigene Burg? Weil du ein Zombie bist und die mögen das so gemütlich. Die finden das so toll. Achso. Schon fast vergessen. Guck mal, eine TNT-Mühle. Was wollte ich gerade machen? Schau mich an, ich wollte genau die Windräder hier entlang setzen. Und dann sagen, guck mal, eine TNT-Mühle. Alter, du klaust dir alles von mir. Ja, ich klaust sogar, bevor du es gesagt hast. Das muss man, das ist hier, Advanced Left ist das. Aber meins ist viel cooler. Ich setze mich genau vor die Wolle des Windrades. Ich glaube, mein Too Many Items geht nicht, weil ich gerade Singleplayer-Commands installiert hatte. Singleplayer-Commands ist ja auch kacke. Ich meine, Zombies-Mod. Und bumm. Ey. Der wandt mich noch nicht mal vor. Und bumm. Und schon habe ich so ein TNT-Ding in meinem Kopf. Ja. Ist doch schön. Ich wäre ja immer dafür, dass es irgendwie bei Minecraft-Granaten oder sowas gibt. Die man werfen kann einfach. Das Lustige war, ich war mal auf einem Server, den hat einer unter meinem Video gespammt. Und ich ging früher öfters auf solche Server dann einfach drauf. Ja. Ja, sag bitte gleich früher, weil sonst hast du unter deinem und unter meinem Video stehen da wieder 30 Server. Ja, ja. Ich habe ja eben gesagt, früher. Und da war ein Mod drauf, dass die Hühnereier-Granaten sind. Und selbst als Gast konnte man diese Hühnereier werfen. Und da war da so ein riesiger Tempel. Gib mir mal Redstone-Fackel. Und ich stehe so einfach da so. Hm. Klick. Du sollst mir Redstone-Fackel geben. Ich wurde vom Server gebannt auf jeden Fall letztendlich. Ach, wie kommt das denn nur? Ich bin tot. Yay. Wir haben Endzeitkind gegriebt. Wieso gibst du dir eigentlich nicht einfach Creative-Mode? Ich habe meinen Namen falsch geschrieben. Ach so. Wie soll das gehen? Slash-Game-Mode-Name-1. Ah. Gut. Wieder was gelernt. Ähm. Moment. Ich bin ja auch OP, oder? Jopp. Zombie-1. Kann ich mir nicht so mit dem Fly-Fliegen vom Game-Mode raus. Wie war das Game-Mode? Oder wie war das? Was? Du hast es doch schon gemacht. Nein, habe ich nicht. Ach so. Geh weg. Ach so. Ich bin wieder tot. Das Lustige ist, bei mir steht noch nicht Game-Over, nur meine Herzen sind leer. Also wenn ich jetzt schnell noch Game-Mode umschalte. Wie war das? Warte, ich gebe es gerade ein. Okay. 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 Bist du irgendwie schon weg? Okay. Jetzt, wo ich es zugemacht habe, war Respawn. Ich komme nochmal wieder. Diesmal hast du wenigstens Game-Mode. Ähm. Hat der Typ gesagt, dass wir seine Map danach in die Luft sprengen sollen? Nö. Habe ich einfach mal so beschlossen. Ach so. Ach so. 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 Ich habe noch den Flugmodus an. So. Ich habe mich lieber von Minecraft. Ich habe mich lieber von Minecraft. Nach so einer Weile habe ich mich auch lieber an den gewöhnt. Vor allem. Ich hatte auch vorher schon immer Dings auf Leertaste. Kannst du ja umsteigen. Ja, aber ich habe den jetzt auf die Schnelle installiert, den Zombies-Mode. Weißt du? Auf die Schnelle? Ja. Für Nächster hat er Zeit. Ja. Ich wollte ja nicht so... Verwerbung schalten kannst du nicht. Das war ja klar. Äh, ja. Ähm. Wo bist du? Ich bin hier und habe gerade nicht gedacht, dass das hier ja Half-Slaps sind. Aber das macht nichts. Ich habe vorher gezündet. Blink, blink. Huff. Oh. Das ist schön. Oh. Das war nicht schön. Oh, das, was er will, wollte ich. Hallo. Hallo. Good morning. Ey, das wollte ich gerade machen. Ja. So kann man doch Adventure-Maps auch machen. Der TNT-Penis ist noch da. Der TNT-Penis? Der scheint dran. Ah, naja. Geht das so? Nein. So mache ich aber. Und... Ka-Bum. Yeah, wir haben die Mauer zum Fall gebracht. Uh, ich weiß was. Okay. Ein Lava-Dach. Warum nicht? Mehr TNT. Mehr TNT. Mehr TNT. Wir brauchen mehr TNT. Mehr TNT. Noch viel mehr. Ich will gerade den ganzen Rommos. Bis wir vom Server fliegen. Ich wollte gerade sagen, zündet das bei Lava nicht. Aber es tat es noch. So, hier ist alles mit Holz drin. Das ist schön. Hier steht ein Creeper. Hallo, Mr. Creeper. So, jetzt bin ich in TNT eingebaut. Guck mal, ich zeige dir mal, wie das ist. Mr. Creeper. Guck mal. Ganz genau hingucken. So macht man das. Und jetzt 3, 2, 1, Action. Action. Ich sehe nichts weiter. Tada. Ich habe ja noch in die Burg gesprengt. Beziehungsweise die halbe Burg weg. Ah, jetzt sehe ich es. Ich habe die Burg gesehen und dann renderte es sich neu und dann war sie weg. Ich erteile gerade ein paar Creepern eine Lektion. Schau mal. So ist das, wenn du das machst. Ich hoffe, du hast deine, ähm, Dings gelernt. Deine Dings. Deine Dings. Das kriegst du noch mit der Bums zu spüren, ja? Und die Dunks erstmal. Hier ist noch ein. Ein Zeitkind macht ja keine Späße mit seinen Dings und Bumms. Mit Bums mache ich nie Späß. Nur mit Dings. Ohne Dings kein Bums. Genau. So, ich ersetze mal die Fenster. Mord, TNT. Oh. So, mache ich mal ein Panorama-Fenster draus. Yay. Und ich spreng wieder was. Lustig, das Adventure an sich ging nur ein paar Minuten und wir sprengen, glaube ich, schon seit einer Viertelstunde die Map. Du musst es hochladen, nicht ich? Ich habe VDSL. Mir macht halt nichts aus. Ich teile das zur Not. Ich nenne das Let's Random Adventure Spreng Dings. Genau so. So soll es sein. Wenn ich mich daran erinnere, tue ich das. Let's Random Adventure Spreng Dings. Warum nicht? Lalalala. Lalalala. Der Wachturm, die Zeugen Jehovas. Oh, dein TNT ist mit hochgegangen. Habe ich leicht gemerkt. Gut, ich glaube, wir haben aber den Leuchtturm aufgenommen. Ja, gut. Den füllen wir gemeinsam aus. Stehen auch ein Creeper drauf. Wir füllen den jetzt von unten nach oben aus. Okay? Okay, ich versuche den Creeper hier mal. Gut, hier kommen wir jetzt gut rein. Ich fange oben an. Nein, nein, von unten nach oben. Du musst schon richtig spendern. Ja, wieso? Du kannst doch von unten anfangen und ich von oben und in der Mitte treffen wir uns. Das ist doch viel. Wenn du es auch ordentlich ausfüllst. Ich glaube, hundertprozentig genau muss das ja nicht sein. Doch. Doch, nachher steht noch was. Okay, dann mache ich es auch nicht hundertprozentig genau. Dann gehe ich jetzt auch total ab hier. Geht mit Jiggy Winnet und so. 90er-Rap-Lieder einfach mal einwerfen. Ich werfe hier TNT ein. Ja, das sowieso. So. Dann ist es ein wahrer Leuchtturm. Und wenn er auch nur einmal leuchtet. Und für ein paar Sekunden. Ich wollte gerade durch die Tür rein, aber nein, das ist zu. Unten, oder was? Ja. Jetzt habe ich einfach hier mal einen Wollblock weggeschlagen. Guck, TNT. Okay. Du sagst auch von oben. Ja, aber ich habe mich eingebaut. Ich depp. Und dich auch. Oh, hi. Achso. Ist ja noch gar nicht fertig. Ist ja noch gar nicht fertig. Muss ich noch weiter hoch gehen. Ach. Okay. Was machst du? Ich gucke. Weil ich mir schon gedacht habe, dass du schon deine Kerze da irgendwo hingestellt hast. Hm. Wir sollten als Abrisskommando arbeiten. Eindeutig. Zumindest wenn es um nicht gezielte Sprengungen geht. So. War der Berg schon so? Möchtest du mir den Game Mode wegmachen? Hm? Möchtest du mir den Game Mode gleich wegmachen? Wieso? Ich fliege da ein bisschen rum. Ah, engelsgleiche Geräusche. So. Game Mode zum... Bay 0. Und 25. Auf die Burg, meine Armee. Auf die Burg. Ah, ich habe mich angezündet. Ein Glück, dass hier überall Wasser ist. Ah, sie stürmen die Festung. Oh, keine Chance zu übernehmen. Ich würde sagen, das ist auch ein super Abschluss für die Map, oder? Ja. Die etwas andere Adventure Map. Ja, ich habe eine Gasträne gefunden. Unglaublich. Hey, du kannst doch noch mehr Gas spawnen. Mach mal. Ähm. Gibt es denn die... Ich habe... Die Eier sind ganz unten. Ich habe die hier gar nicht, glaube ich. Doch. Ne. Nachfalls über Tag gehen und reinfohlen. Ja, aber ich habe die hier nicht. Warum? Ich habe keine Ahnung. Doch, die sind ganz unten. Ach, wegen dem Texture Pack sehe ich die nicht. Oh. Ja. Sucht was im Miss Garst Ei. Auf der rechten Seite irgendwo ein Ei. Das war ein Chicken, Magma Cube, Squish, Peppa, Peppa, Sheep, Blaze. Oh, Blaze sind doch auch schön. Ich sehe die halt nicht wegen dem Texture Pack. So. Könnt ihr auch Boden kaputt machen? Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Feuerwehr ist nicht sterbe. Undes siegbar. Oh, ich gucke hier nochmal. Hilfe. Ich muss den Part beenden, sonst sterbe ich. Kann ich mitleben. Hier ist der Gast. Ah. Ich habe es nicht ausgetauscht. Ach, ist ja auch egal. Wir haben genug Terror hier, glaube ich. Ah. Ich verstecke mich hier in den Höhlen. Okay. Ich hänge hier. Irgendwo. Aua. Na gut. Ah. Aua. Ich sehe jetzt, wo du bist. Okay. Gut. Dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal bei einem normalen Adventure. Vielleicht. War das nicht normal? Es war speziell. Es hatte besondere Bedürfnisse. Ein wenig. Gut. Ja. Danke, dass du dabei warst. Gerne. Und wir gucken ja mal, was in nächster Zeit noch so kommt. Nicht nur Adventure Maps, ne? Ja. Haben wir ja gerade gesagt. Gut. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin. Äh. Genau. Wie Zombie sagt. Bis dahin. Äh. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Vielen Dank.